moin moin erst mal in diesem video möchte ich zeigen wie man apps also software sozusagen von vom internen speicher auf die sd karte verschiebt das können zum beispiel der fall oder nötig sein wenn man jetzt zum beispiel 16 gigabyte im handy drin hat internen speicher und er ist voll belegt android gönnt sich da ja mal gerne sechs gigabyte schon mal vorne hat man noch zehn wenn man ein paar videos und fotos macht dann ist das mal schnell aufgebraucht so dass man wenn man dann die möglichkeit hat einige handy haben das ja nicht dass meine sd karte zusätzlich einschieben kann also wenn man das kann und hat dann kann man halt die apps die ziemlich groß teilweise sind auf die sd karte verschieben die ursprüngliche von android vorgesehene art ist auf einstellung zu gehen dann bei mir ich habe jetzt android 6.01 drauf dann geht man zu apps nebenbei noch angemerkt jeder der google android 4 hat kann das gleich vergessen soweit ich mir erinnere war da diese funktion dort komplett ausgeschaltet da konnte man das nur auf den internen speicher ablegen seit fünf ist das wieder möglich so dann hat man hier seine apps sucht sich irgendwas aus er zeigt jetzt sich an wo es abgelegt wurde also oft ob das intern oder extern schon abgelegt wurde habe ich nämlich auch schon verschoben ich nehme mir hier boomerang so jetzt sehe ich hier speicher interner speicher belegt gehe auf ändern wähle die sd karte aus tipp auf verschieben dann verschiebt er das und so ist es vom normalen menü ausgewählt es gibt aber auch apps mit denen man das einfacher kann ich hatte ein paar mehrere runter geladen habe dann aber gedacht das alles quatsch dass die jetzt einzeln vorzustellen und zu sagen die sind doof insofern habe ich sind jetzt zwei übergeblieben das ist einmal der app mgr3 und der files to sd aber da komme ich später zu so den rufe ich jetzt mal auf und dann zeigt er mir alle installierten apps an als erst kommen die verschiebbaren hier können wir noch auf sd karte drauf oder nur auf telefon uns interessiert aber nur verschiebbar da ist zu beachten hier ist eine kleine sd karte zu sehen mit einem kreuz das bedeutet die sind nicht verschiebbar oder nur mit einschränkungen es gibt ja diverse apps die man nicht verschieben kann gerne mein lieblings app meine lieblings app davon ist facebook mit über 200 megabyte und die sagen einfach nö wir wollen nicht verschoben werden du musst uns auf internen speicher lassen das finde ich richtig scheiße aber ich kann es nicht ändern außer ich schmeiße facebook einfach kann komplett vom handy runter das muss man selbst entscheiden wie oft man das wirklich braucht so da kommt power director habe ich jetzt ausgesucht ein videobearbeitungsprogramm dann gehe ich auf apps verschieben gibt es hier unten noch eine kleine anweisung wie man es machen muss im prinzip ist das das gleiche wie vorher das sind jetzt 63 megabyte das dauert manchmal ein bisschen länger dann leider gibt es nicht mehr die funktion früher konnte man einfach alle aussuchen und dann hat man hat er die automatisch verschoben jetzt muss man die einzelnen immer wieder diesen gleichen weg benutzen wie es das betriebssystem anscheinend vorgibt vielleicht aus sicherheitsgründen keine ahnung auf jeden fall muss man jede einzelne app nehmen und verschieben so man denn das kann deswegen kann ich nur empfehlen wenn man eine app installiert hat dass man die dann gleich macht sonst hat man wie ich 100 apps die man alle verschieben könnte oder wollte und das ist dann doch ein bisschen umständlich oder man installiert sich gleich diese app als erstes denn zeigt einem nämlich jedes mal an wenn man eine app verschieben kann ob man die dann auch verschieben möchte das geht dann wird man gleich daran erinnert und kann sie dann verschieben ich klicke jetzt nochmal einfach nochmal spaßeshalber hier auf so eins mit der durchgeixten sd karte ist dann angezeigt wird dann wird nämlich hier nochmal eine beschreibung geliefert man könnte dieses diese app also verschieben aber mit funktionseinschränkung wenn man pech hat ich mache das jetzt nicht nicht verschieben so der zweite große speicherfresser ist ja immer noch videos und fotos vor allem videos da kann ich sowieso nur empfehlen dass man gleich in der kameraeinstellung wenn man handy neu hat das umstellt auf sd karte speichern dieses programm listet halt die verschiedenen ordner auf und man könnte jetzt hier irgendwas anklicken und das dann wie man hier oben auch sehen kann verschieben das ist könnte man kann man auch von hand machen aber das finde ich auch ganz praktisch dass man hier was weiß ich jetzt bei whatsapp könnte man das verschieben ich habe da habe ich schon so gemacht habe ich nichts mehr drin hier wenn ich das hier mal anklicken und ich würde sagen lieber ein video mal löschen als ein paar fotos weil ein video nimmt schnell mal 200 megabyte oder auch 800 megabyte ein und dafür muss man schon ziemlich viele fotos löschen um diesen gleichen wert zu erreichen ja das soll es von mir erstmal jetzt bisher gewesen sein ich hoffe ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen ja bis dann dann